Ich bin kein Vorbild der Nation, ich bin nur geboren von meinem Mütter, meinem Vater, der Juhn. Ich bin kein Vorbild dieser Nation, mein Leben ist einfach nie entstanden, ich lebe weiter in Gedanken und das ganz allein in Schranken. Ich will kein Vorbild sein für die Kinder dieser Welt, nur will ich, dass es ihnen besser geht als uns und nicht nur streben nach Geld, sondern sehen noch eine bunte Vielfalt in der Welt. Das ist mein Freestyle, den ich euch kann hier geben, und der ist präsentiert live im Freestyle, aus meinem Gedanken, aus meinem Leben. Oh nein, ich bin kein Vorbild dieser Generation, oh nein, ich bin einfach schon immer, was ich war im Leben. Ein Kind von Vater und Mutter, der Sohn, kein Vorbild der Nation. Und durch Höhen und Tiefen gehen, um weiter nach Leben zu streben. Einfach ein Freestyle von dich zu geben, für nächste Generationen eben. Einfach damit sie besser leben, man ist verstehen, es muss sich nicht alles im Winde, Perfektion und Wehre, damit sie auch verstehen, man ist auch sehren. Das Rechte und Asoziale steht dem Leben immer wieder entgegen. Deshalb werde ich auch dagegen reden, wie sie tun, wie sie tun, mir und anderen Menschen ihre Rechte und Freiheiten nehmen, ohne sich zu schämen. Einfach Freestyle für nächste Generationen, damit diese besser leben und hier in Deutschland besser wohnen. Egal, welche Hautfarbe Religion du hast, pass dich nicht blind an, sondern sei sozial und menschlich. Ja, das kann ich euch mitgeben, als Freestyle in diesem Leben und hinterlassen nächsten Generationen. Denn ich bin nicht, ich bin nicht ein Vorbild dieser Nation. Ich bin nur jemand, der spricht aus seinem Herzen und ein fache Milliarden von Kerzen. In deinem Verstand und in deinem Herzen nahe reinwenden. Über den Freestyle, den ich tue hier euch schenken. Und wenn du es auch verstehst, weißt du auch, dass dieser Track einfach liebt. Es gibt nicht viel mehr zu sagen, aber ich werde weiter meine kreative Freiheit austragen. Aber ich werde weitergeben, was in meinem Leben wird, für sind es euch zu lieben. Das müsst ihr doch auch verstehen. Es geht nur in diesem Leben, als sich nur blind Perfektionen zu geben. Und über anderen sich immer wollen zu beheben, um oben zu stehen und dann von oben nach unten zu treten. Respektiert einander, respektiert anderes Leben. Darum geht dieser Freestyle eben. Und nicht um mich als ein Vorbild einer Nation zu sehen. Sondern es tut sich hier um Rechte und Freiheiten drehen. Kannst du es sehen? Kannst du es verstehen? Willst du weiter nur gleich Schritt, gleich Schritt, gleich Schritt, gleich Schritt nach einem anderen gehen? Kannst du auch die Wahrheit sehen? Es passiert viel Müll auf diesem Planeten. Viel muss man sich steigern und kämpfen eben, um in diesem Leben zu bestehen. Doch das wollen einige nicht sehen und alles totreden. Ich habe was dagegen, blind zu laufen durch dieses Leben. Nicht zu hören, nicht zu sagen, nicht zu denken, nicht zu fragen. Ich werde weiter meine Meinung präsentieren und gegen das Asoziale und Recht hier demonstrieren. Nicht als Vorbild einer Nation oder einer Generation. Sondern das, was in mir an Werten wohnt. Ich bin eben auch mein Vaters, meine Mutters Sohn. Aber das sagte ich eben schon. Ich bin ein Lebewesen und du solltest mir Respekt auch geben. Denn kann ich dir Respekt auch geben in diesem wunderschönen Leben. Und auch die Vielfalt kann man sehen und genießen. Überall die Blumen, die Vielfalt, die tut sprießen. Neues Leben, das sich generiert. Überall und uns alle fasziniert. Im Meer, in der Welt, im Land. Sogar in der Sahara, irgendwo im Sand. Existiert, existiert das Leben. Kannst du das verstehen und sehen? Das Wunder, das wir begehen. Ich bin kein Vorbild dieser Nation. Aber das sagte ich schon. Ich bin einfach nur ein Mensch. Der die Kette beim Namen nennt. Es geht um Respekt und Toleranz in diesem Leben. Nicht darum nach blinden Perfektionen zu streben. Das muss man nicht als Vorbildprinzip sehen. Sondern es ist ein Teil unseres Verstand im Leben. Ja, euer Leute. Dieser Track ist damit abgefahren. Alle noch eine wunderschöne Zeit. Genießt es. Macht euch frei. Vor allem negativen Gedanken. Und scheiß. Peace.